Sie weiß, wer uns hilft. Sie brauchen Hilfe. Schnell! Schick mir Ihre Standorte. Schon erledigt. Schick mir Ihre Standorte. Schick mir Ihre Standorte. Komm mit erhobenen Händen raus. Das ist doch nicht Bad Girl, oder? Schick mir Ihre Standorte. Hallo! Charlotte, hier mit Infos. Du leistest großartige Arbeit. Du leistest großartige Arbeit. Was ist das? Geil! Ich empfehle ein lauter großes Vorgehen. Wenn Sie jemanden sehen, sind alle neuen Dateien verdächtig. Halt, Sie abstand! Scheiße, ich seh lieber nach. Ja, ich bin ein Polizist, da er dann kontaktivistisch gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gotham hat mich gerufen und ich folge dem Ruf. Ich werde es nicht im Stich lassen. Und ich vergesse nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann warten wir es an. Yeah! Aber es ist einer, die da nicht. So, Gitarre! Ihre Umgebung wird strengstens bewacht. Wenn sie jemals sieht, können sie keine Daten hochladen. Wooo! Yeah! Nice job! Big cool! Yes! Oh ja! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin Schlöschers. Die Liga der Schatten wollte mich entführen. Ich konnte entkommen, aber mein Sicherheitsteam ist tot. Ich brauche deinen Standort, Luscious. Bin gleich da. Mein aktivierter Schild hält sie erstmal in Schach. Aber wer weiß wie lange. Ach, geht's. Ach, geht's. Ach, geht's. Ach, geht's. Da sind noch mehr. Gehen wir's an. Noch mehr von den Schocken? Kein Problem. Zeit für die nächste Runde. Gehen wir auf den Schocken. Gehen wir auf den Schocken. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und die Liga wird für ihre Taten bezahlen. Okay. Jetzt bin ich erst warm. Ich kann ein paar Minuten allein überleben. Das war's für heute. Ist das irgendeine Convention? Einheiten zur Star City Bank, Atlantic und Prince. Wir haben einen Schieberfall. Ein Schieberfall ist im Gange. Das war's für heute. Ich bin ein Schieberfall. 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 Geht auf mit! Jetzt komm! Da einfach rum, weiter gehen! Los, los, schneller! Und noch mal! Mäli! Mäli! Okay! Steine, 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 steine! Mach dich bereit! Gar nicht schlecht, Bad Girl. Sind so gut wie am Tathos-Zentralen. Dir ist es nicht sicher. Eure Ninja-Freunde haben uns auf dem Dach von Major Crimes festgesetzt. Wir brauchen Hilfe! Keine Sorge Montreuer, die Kavalerie ist unterwegs. Alle nahen Einheiten bitte zurück zu Major Crimes. Officers brauchen sofort Verstärkung. Wir brauchen Verstärkung. Auf Wiedersehen! Sanfte nur die Nachschraube! Anfeuerung anolen Sie den Weg ins Körner! Der Weg in die Mauer, die Gegend haben. Anfeuerungen anziehen Sie mit der Mauer, die mit dem Wagen ist. Das war die Mauer, die schraube was zu machen. In der допartung wurde er die Mauer. Wow. Wir sind auf eurer Seite. Alles in Ordnung? Was zur Hölle sollte das? Ich dachte, nach Jacobs Tod wäre der Bandenkrieg vorbei. Und jetzt haben sie es auf uns abgesehen? Die Liga wird immer dreister. Sie schalten jeden aus, der ihnen in die Quere kommen könnte. Okay, aber wenn du weißt, was sie hier tun können, mach doch bitte was. Das ist der Plan. Gut. Commissioner Kane wird einen Bericht haben wollen. Viel Spaß. Das ist der Plan. Viel Spaß. 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 Ist das wirklich bad guy? Ist das wirklich gut? Tja, Tja! Die Liga hat es auf Dr. Tompkins abgesehen. Sie hat sich im Krankenwagen verschanzt, aber der schützt sie nicht lange. Die Liga hat sich im Krankenhaus. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Schön, Sie heil anzutreffen, Dr. Tompkins. Wenn ich die Freaks überlebe, dann auch das hier. Bringen Sie sich in Sicherheit. Nur für den Notfall. Ich verstecke mich nicht. Die Leute brauchen mich. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Idioten mit Schwertern einschüchtern. Wenn Sie meinen. Aber melden Sie sich, wenn was ist. In Ordnung. Nochmals. Vielen Dank. Glockenturm? Die Liga hat Jada angegriffen. War ein echt harter Brocken. Da bin ich froh. Hier ist es nicht sicher. Da bin ich froh. Wenn ich ein starkes Handeln mit. Ich bin froh. Ich bin froh. In Dithing, dass ich kein Gesicht machen kann. Ich bin froh. 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 Was? Macht vierte Rechte, rennt hier drüber! Richtig so! Du musst sie von der richtigen Seite angreifen! Richtig so! Nach Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Wir erhalten Berichte über Straftäter im Gebiet. Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. In diesem Labor wird Dr. Q nichts mehr anrühren. Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Wir brauchen Aufentanz für Ermittlungen beim Tricorder-Volkhaus. Ich habe all meine Netzwerke durchsucht. Nirgends eine Spur von Talia. Die Liga ist immer noch in Gotham. Sie ist hier. Wir müssen sie nur finden. Diese verfluchten Ninjas. Also Leute, das ist echt komisch. Komisch wie untote Talents, die wieder aufstehen? Oder komisch wie... Kann ich dieses Scheißspiel nicht einmal gewinnen? Na ja, komisch ist diese Stromverteilung, die ich getrackt habe. Aber dann gab es Schwankungen und jetzt... Habe ich, glaube ich, Talia gefunden. Was hast du da getrackt? Zuerst nichts Ungewöhnliches, aber jetzt... Wow. Da wird echt eine Menge Energie angezapft. Das muss nicht unbedingt was heißen. Aber... Der Strom wurde umgeleitet. Hierhin. Doch da kämpft wir leer. Also, ich meine... Eingestürzt. Es steht eigentlich seit Jahren leer. Aber mit unserer vermissten Ninja-Freundin. Ja. Sie ist erst ein paar Wochen da. Vielleicht wird's nicht so schlimm. Oder... Es ist eine Falle. Sie lässt sich nicht einfach finden. Aber es ist eine Spur. Wir haben eine Spur. Ja. Talia war nicht nur da, um uns zu ärgern. Sie hängt noch was anderes aus. Tja. Es ist wohl Zeit, zu dem Aspest-verseuchten Loch zurückzukehren. Auf der Beweistafel sind neue Daten. Die Ermordung des militärischen Reminens stellt die Behörden, die den Mörder suchen, vor ein Rätsel. Polizei Quellen bestätigen, dass gegen Kane wegen Verschwörung zur Ermordung von Dr. Kurt Langstrom ermittelt wurde. Der Tod des Professors der Universität von Gotham galt bis dahin als Unfall. Commissioner Catherine Kane ist die Frau von Jacob Kane. Sie hat es allerdings wiederholt abgelehnt, sich zu dem Fall zu äußern. Dies ist GCN. Ich bin Norr Rashid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mir gefällt nicht, wo das hinführt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020